Heute ist ein richtig besonderer Tag, Leute, denn wir machen heute auch mal wieder eine Nicht-Lachen-Challenge, aber nicht alleine, sondern mit dem lieben Robert aka Eidizock. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Ich bin auch mal am Start hier zu Hause in meiner Wohnung. Ja, danke schön übrigens, dass ich hier aufnehmen darf, Läger. Also, Leute, ihr müsst auf jeden Fall mal einen Like draufhauen. Ich möchte heute mal die 5000 Likes sehen. 5000 Likes, Leute. Weil wir noch nie ein Video zusammen aufgenommen. Ihr habt es oft in die Kommentare geschrieben und ich bin mega gehypt. Nicht-Lachen-Challenge. Was geht ab? Ich würde mal sagen, Robert, bist du bereit für den ersten Clip? Okay, dann kommen wir erst mal mit dem ersten Clip, Digga. Let's go, let's go. Lasst auch ein Abo da, Leute. Lasst ein Abo da auf jeden Fall. Und haut auf die Glocke. Ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, er hat einfach mal Container gewechselt. Ja. Davon habe ich nicht viel mitbekommen. Ja, okay, gucken wir mal den Clip hier an. Okay, kannst du mal das Rennen? Ja, also nicht lachen. Ja, genau. Er möchte halt raus, aber... Ach. Alter. Okay, was ist jetzt? Safe, es kommt jetzt eine Hydra. Digga. It was at this moment. Leon knew he fucked up. Kannst du das zeigen? Klar, Digga. Kannst du das zeigen? Klar, Digga, das zeigen wir. Klar, nein, weitergehen. Klar. Ich habe nicht gelacht. Du hast gelacht. 1 zu 0 für dich. Bruder. Für mich? Tut mir leid, aber ich fand das so krass einfach, dass du sowas bringen. Klar. Ach, das kam immer so random, oder? Das kam immer so ultra random. So, was... Alter, absoluter Lowrider, der hochgenommen wird. Äh... Kommt auch nochmal raus jetzt? Pff, 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 pff. Nein. Lol. Äh... Das ist... Glück gehabt, Digga. Glück gehabt, dass er nicht durchbekommen ist. Ich versuche jetzt echt nicht mehr zu lachen, Leute. Okay. Was? Digga, war das Franklin? Ich habe keine Ahnung. Was geht hier ab? Hier schnell sind die Clips. Der hat Glück? Ja. Der hat Glück gehabt. Der hat echt Glück gehabt. Das war doch kein Fail. Nee. He's on fire. So, komm. Null Teamleben. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Aber der konnte nichts machen, ne? Oh, mein Gott. Er konnte nichts machen. Okay, neuer Versuch. Diesmal noch 2 Teamleben. Ach so, 2. 2. 2. 2. 2. Okay, ich musste lachen, okay? Ich musste lachen. 1.1. 1.1. 1.1. Was zur Hölle war das? So, er hat es an Akuma. Ja. Einmal später. Akuma ist da, ne? Sie bestellt. Ja. Ja. Lol. Lol. Das ist traurig. Bruder. Ey, das ist traurig. Warum machen die das? Hä, das kann mir keiner erzählen, dass das Rockstar nicht mit Absicht reinkommt. Also, wer da lacht hat, keine. Karma holt einen immer, das sage ich immer in meinen Clips auch. Aber aus Versehen, ne? Oh, Bakeflip, überlebt er niemals. Nee, nicht in der Lage. Was? Oh! Was? Einmal die Person hat ihn geholt. Der hat ja nur überlebt, der ist ja noch nicht gestorben. Oh nein, pass auf. Du bist Timing bestimmt. Jetzt kommt so ein BAM, Schild, Brücke oder irgendwas. Hä? Oder? Hä? Er hat einfach seinen Kollegen getroffen. Er hat auf die Brücke geschossen. Aber warum er selbst überlebt hat, weiß ich nicht. Oh! Alter, wie geil! Ohne Spaß! Wie geil! Wie ist er das geschafft? Oh, ist das ein Typ? Nee, er denkt das, er denkt das. Nein, das ist... Nein, ich hab... Nein, die brauchen den! Nein! Nein, die brauchen den! Also noch... Mission von vorne machen, Alter! Was? Are you trolling me? Hä? Und viel... Banküberfall Mission. Ey, das hatten wir doch bei mir auch auf meinem Kanal. Ey, GTA London Edition. Das ist also Doppeldecker. Doppeldecker-Bus, auf wen? Ja, Mann. Kennst du's nicht? Ja, klar. Boah, hat der Glück! Der ist ja absolut rasiert. Wie hat er das gemacht? Was war das für'n Lache? Alter, ich würd' mir das gern nochmal hören. Ah, Alter! Bruder, die Lache! Das war perfekt Timing. Ja, das war absolut wieder perfekt Timing. Und er denkt so, ach, schon wieder. Ja. Der hat ein Kollege von abends weggeballert. Der hat einfach gar nichts gemacht. Hä? Das ist GTA mit Grafik-Mod, glaub' ich, ne? Eingeparkt! Ja! Oh! Lol! Guck dir mal, er schießt immer noch weiter. Wie liegt der da? Wie liegt der da? Absoluten Montage rausgemacht, Alter. Ist das jetzt 2-2? Ich hab' auch gelacht, ich hab' auch gelacht. Ja. Easy Asser, oder? Jawohl. Das ging noch fitz. Das ging noch okay. Ja. Als ob man aber sowas stirbt. Also selbst ich würd' nicht von sowas sterben. Oh! Oh mein Gott! John Cena ist da! In GTA 5. Er, Randy Orton, ne? Nein! Ah! Kennst du dieses Family Guy, wo der aus der Bade drunter fällt? Auf hin! Auf hin! Lol! Ist das so ein Loch Nes? Nes hat so gesagt, ey, hab' dich hier, krieg' zurück so. Aus dem See. Oder wie, hab' ich die Werbung jetzt erst bemerkt? Naja, alles gut, die Werbung alles klargekommen. Digga! Oh! Nein! Oh! Hey, jetzt fahr doch mal! Hey, bleib' drauf stehen! Guck mal, wie er zuckt! Er zuckt! Wie so'n Hamster! Dieses Spiel ist... Er zuckt wie'n Hamster! Oh mein Gott! Er hat nen Herzinfarkt! Nee! Hälft ihm doch! Hälft ihm doch! Hälft ihm doch! Kommt, das Motorrad ist ja... Das Motorrad hat auch... Das kam absolut random! Ich glaub' das... Oh! Er hat ein Messer! Hälft! 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 Der hat doch ganz klar auf ihn gezählt und nicht auf die Katze! Oh, guck mal! Uuuut! Uff! Uff! Da muss ich ganz schnell los! Oh! Die haben die Bestimmung jetzt nicht geschafft! Oh nein! Das Boot... Oh nein! Die haben die Bestimmung jetzt nicht geschlagen! Das gibt's doch nicht, Digga! Okay! Mission! Über die Brücke! Und runter von der Klippe! Was kann da schief gehen? Gar... Nichts! Digga! Ist er explodiert? Das war das? Oh! Alter! Absolutes Schlittschuhlaufen! Daddy ist auch ausgestiegen einfach! Die ist ausgestiegen! Auf der Autobahn! Voll 100 kmh! Du kommst mit mir, Sunshine! Ja! Das war glaube ich nicht so optimal! Korrekt! Decision! Komm! Okay! Steig ein! Loll! Achso! Loll! Achso! Achso! Aber das ist online, ne? Ja! Alle freuen sich so! Yeah! Das erinnert mich gerade an den Clip von Anfang, wo ich ein bisschen lachen musste, ne? Der macht absolut Spagat! Bruder! Alter! Sechs! Achso! Etage sechs! Etage fünf! Ey! Wenn er das wirklich schafft, dann Respekt! Komm! Ab ins Erdgeschoss! Ey! Sowas habe ich noch nie gesehen! Alter! Das ist auch noch... Krass! Und angekommen! Oh! Der lebt noch! Uh! Was passiert jetzt? Ja! Nice! Lol! Epic Moments! Und der... Epic! Und der Helikopter hat es einfach überlebt! Oh! Absoluter Gewinner... Lol! Was war das für ein Gewinner-Screen? Das war... Das war absolut komisch! Oh! Die Bullen! Ja! Oh! Nein! 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 Er lebt noch! Er lebt noch! Alles gut! Oh nein! Ja! Man kennt sie! Die Polizisten, die aus zehn Zentimeter so barm Junge machen! Die malen dir so die Prübe weg! Ja, Mann! Okay! Oh! Oh! Irgendwas wird jetzt passieren! Hey! Warum parkt man denn auf den Schienen? Einfachen Zug, komm! Oh Gott! Er zerberstet wurde! Sonst kommt der Zug ja nie! So! Neue Mission! Wer kann am beidesten? Ja! Er hat's geschafft im Schwarz! Was? Ach so! Die wollten raussteigen, weil sie rausfliegen! Der Laden hat zu! Okay! Aber er hat halt Durst, ne? Man kennt's! Hä? Lol! Kannst du wirklich so rein? Ja! Finn! Ey, jetzt kann er sich ja alles gönnen, ne? Das gönnt sich richtig! Guck! Der kann den ganzen Laden ausrauben! Absolutes Getränke gönnt! Und jetzt halt wieder raus! Aber wir kommen jetzt! Ey, das muss ich probieren! Lol! Leute, das muss ich probieren! Uff! Okay, komm! Oh! Absolut Motorrad geklaut! Da haben wir den zweiten Polen am Start! Ja! Der wollte das an mich geben, weißt du! Der wollte mir das Motorrad schenken! Aua! Yo! Holy Moon! Ey, die will für Free Achterbahn fahren, will nicht bezahlen, glaub ich! Was macht der da? Du musst dich doch nur hinsetzen! Hä? Jawohl! Elf von zehn! Elf von zehn! Genau! Die wirkt ihn halt null, ne? Ja, absolut! Er hat den Kaffee noch in der Hand! Ist so! Hauptsache der Kaffee wird nicht verschüttet! Ja, Mann! Okay, der schlechte Pilot, der Welt! Das ist NPC! Das ist der Flugzeug, der soll ihn abholen! Okay! Mit dem Magneten, weißt du, aus der ersten Heiß! Ja! Oh! Hey, jetzt ist er plötzlich da! Holt er ihn noch ab! Ähm! Er denkt sich, du kommst! Ey, steig mal ein! Ja! Mission fehlgeschlagen, glaub ich! Auf jeden, weil er aus seinem Kurum ausgestiegen ist! Hä? Er springt jetzt raus! Er springt jetzt raus! Die Mission hat absolut keinen Sinn gemacht! Null! Der wurde so hoch genommen von GTA! Okay! Manchmal muss man einfach mal Niederlagen akzeptieren! Akzeptieren! Okay! Der Typ hat zehn Sterne! Der hat locker zehn Sterne! Der hat zehn Sterne! Der hat zehn Sterne! Zwei, ne? Und auch rein! Ciao!